Musik Weiter geht's mit Livemusik, gespielt von Victor Meysen, der macht gerade noch einen Knopf auf oder zu. Macht ihn zu. Wir hören jetzt einen russischen Song, Gesichter auf Deutsch, Letza, glaube ich. Letza, worum geht's in dem Song? Es geht um ein Prinzip, dass über einen Mensch, der fängt zu vergessen, es geht um den Liban gehtlich, und er versucht zu vergessen, die Gesichter von Freunden, von Frauen und die Frage ist, ob er kann oder sowas machen, ob er es schafft. Ob er es schafft, die Gesichter der Freunde und vor allen Dingen Frauen, in die er verliebt war und eben auch ist, zu vergessen. Ja, genau. Ein sehr trauriges Lied. Nein, es ist eher so, nicht traurig, es ist einfach so leicht melancholisch, aber es ist nicht traurig. Einfach politisch. Victor Meysen und Letza. Ich, wenn du dich, dass du dich, wenn du dich, wenn du dich, wenn du dich. Ich. Ich. Ich bin vergessen, ich bin vergessen, deine Worte, deine Augen. Aber ich kann nicht, ich will nicht Ich will nicht, ich will nicht und wissen, was wir 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 Wir sind Weine Was wir Was wir Was wir Was wir 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 waren Aber ich bin Ich bin Ich will Ich möchte mich daran erinnern und wissen, was wir. 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 Viktor Meysin, russischer Folk von der Krim aus Berlin. Das ist wahrer Berlin-Mix. Danke, Viktor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017